Das war auch nicht so gut. Oh Mann. So, pass auf. Man geht da erstmal irgendwo hin. Ja, wir können das Geld nicht abgeben. Pass auf. Wo ich die Flagge erst wegwerfen. Ja, du lass. Wenn es funktioniert, da ist wieder Scooby. Das Spiel ist buggy. Dann denke ich nein. Ist das nur realistisch. Jetzt tue ich so. Jetzt hätte ich die Flagge von irgendwo gerettet. Um das Spiel noch zu retten. Puscha, das ist deine Flagge, die ist blau. Du musst das Spiel retten. Ich habe keine Idee. Flagge aktivieren. Alles aktivieren. Ich möchte die Flagge. Was steht? Die Flagge dienen. Oh Mann. Die in der Heimatbau. Es wird die Flagge auf dem Geweiser können. Okay. Gebäudematerial. Ja. Oh Mann. Es flackert. Energie aufgeladen werden. Aha. Man kann sich hier drin heilen. Jetzt gedacht ich nicht. So. Ich habe sie jetzt rausgelegt. Okay. Okay. So. Das legt es mal ab. Flagge. Vielleicht hat er da ein Befehl für... Oh. Nein. 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 Use it or lose it. Nein. Bittig. Warte nicht. Eine Säge weg ist jetzt zum Gehaubordriere. Vielleicht ist das überhaupt möglich, ich suche mal die Flagge hier rein zu holen. Ach Gott, warum nicht? Ich hab aber noch eine gute Nachricht, im Eis wächst ein kleiner Baum. Ein Funkenhoffen. So. Ablegen. So gerne aus diesem Produktionsslot. Einmal durch die Kreiszeuge gejagt. Ist es fertig, weil wir das Spiel schon verkacken haben? Das könnte sein, das wäre ich nicht mehr möglich. Ich wurde befördert zum Fehnrecht, guck mal, weil ich jetzt eine Fahne habe. Ich fehle mich. Wo bist du? Okay, jetzt gewinnt es. Ich hasse dich und mit diesem Stein möchte ich das wissen. Ja, abgefunden. Gerade noch. Oh. Kann sein, haben wir Spaß. Gehen wichtigste Lektion. Segel weg mussten. Diesmal baue ich die Sperre für die Viecher. Jetzt haben wir schon bessere Karten. Seht ihr schon? Ja. Der steht. Okay, okay. Nimm du den Fint. Die vorne. Ich bin. So, die dürfen von vornherein nicht, nicht bei uns. Oh, Kuro. Geweck. Geweck. Er fällt nicht rein. Wuuu. Oh. Tut gar nichts. Komm mal. Nein. Oh, ja. Wenn man hier hängen bleibt. Ja. Du, 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 du. Gefluten. Schnapp ihn dir. Will den Flint. Gefluten, sagst du? Ja. Ha, 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 ha. Hast du noch einen zweiten dran? Hui. Ha, 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 ha. Boah. Du, 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 du. Weis dich zusammen. Oh, f**k. Okay, wir dürfen keiner mehr verschwinden. Versprochen! Es gibt, nimm du den. Ich hab schon einen. Oh, sch**. Ich hab' planen, wenn wir hier schon hochkommen. Oh, das hört' krass aus, hm? Weiß ich mal nicht, ob's denn vorher liegt. Oh, diesmal nicht. Doch, Kohler, warte mal. Ja, nice. Man muss vielleicht doch einmal sprengen, Kohler. Ja, spreng, tu es. Oh, es tut so weh. Here we go. Die Luft in einen, so wie geil. Hey, 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 hey! Oh, schau mal! Ich glaube, die ist bouncend. Das, das war so schaden. Ja. Ich schau ab! Ich bin ja nicht viel. Oh, nein. 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 Also. Ich muss jetzt mal wieder weg den Timing abfahren. Wuuuh. Oh, oh, oh. Der Schnee schmilzt. So, ich leg das Ding erst mal um. Wir müssen an sich warten bis der erste Winter da ist, wird das Eis taucht gerade? Wir lassen das Ding hier ruhig so, wir müssen das halt irgendwie schaffen bis der Winter Guck mal, hier können wir vielleicht dran vorbei Ich weiß dein kleines persönliches Planschbecken mal zu schätzen, aber Es ist mir auch soweit Es klappt aber Wir wollen die Pumpe Das wäre ein Problem So muss man das immer Zack Ach fuck Ablegen Oh guck Das ist der Anti-Hai-Damm Könnte aus China einfach So was geht, wie kriegen wir jetzt hier Geld rein? Ich glaube der eigentliche Plan sah hier anders an Wieder rüber Oh Das ist gut, lenken sie weiter an Oh nein Guck mal, hi Oh Ja, ich baue jetzt einen Flüssungsturm Aber Cooler Ist auch kalt Ich glaube das ist echt kalt Weil der Vorteil unseres Plans war ja eigentlich, dass wir das gesamte Unterreich für uns haben Unterreich, ja ich nenn's auch Erdreich, okay Außerdem wachsen die Bäume sowieso Wie kommen wir hier vorbei? Wie müssen die Viecher sprengen? Jetzt sprichst du meine Sprache, Kulder Ich glaube die kriegen durch Bouncen auch Dürmer Ich bin normale Menschen Aber die sprengen, kriegen sie mehr Guck mal, wie gut die Bäume hier wachsen Oh ja, Tinnis Das ist mal lieber ein Profi Lass den Vogel dich nicht erwischen Ja Ha, die Viecher sind ertrunken Zwei jedenfalls, oder eins? Sind nur noch welche? Eins, ja Nur Glück haben, wo kann ich dich nicht mehr vermehren? Oder was fangen, Akkorde? Gesachter Wobei ich den Flüssungsturm aus will Ich bin der Flüssungsturm